Künstliche Intelligenz. Was ist das? Wie geht das? Wir fangen mal an mit einer Definition von Künstlicher Intelligenz. Ich habe mir in diesem Falle die englische Wikipedia-Seite zum Thema Künstliche Intelligenz angeschaut, weil die Definition, die ich dort vorgefunden habe, etwas knackiger war als die Definition auf der deutschen Wikipedia-Seite. Zusammengefasst würde ich sagen, ist Künstliche Intelligenz die Intelligenz der Maschinen? Was uns zu einer weiteren Frage bringt. Was ist Intelligenz? In diesem Falle habe ich die deutsche Wikipedia-Seite konsultiert, die feststellt, dass es keine allgemeingültige Definition der Intelligenz gibt. Es ist also wirklich schwer zu sagen, was Künstliche Intelligenz eigentlich ist, zumal es einen sogenannten AI-Effekt gibt. Auch hierzu habe ich wieder die Wikipedia-Seite konsultiert. In diesem Falle existiert leider nur ein englischer Artikel dazu. Das Zitat, das wir hier auf der Seite sehen, ist aus der Zeit, als Deep Blue damals Garry Kasparov im Schach geschlagen hat und kurz danach viele Leute der Meinung waren, das war jetzt überhaupt keine Künstliche Intelligenz, das war ja nur sogenannte Brute Force. Wie gesagt wurde von Herrn Fred Reed zum Beispiel, wenn das die Maschine macht, dann ist das irgendwie, nachdem es mal gelungen ist, das durchzuführen, nicht mehr intelligent. Wenn ich allerdings es hinkriegen würde, Schachweltmeister zu werden, ich als Mensch, dann wäre das extrem intelligent. Was dann dazu geführt hat, dass Douglas Hofstadter das mal sehr schön zusammengefasst hat, was AI, also Künstliche Intelligenz eigentlich ist. Künstliche Intelligenz ist immer das, was noch nicht gemacht wurde. Sobald etwas gemacht wurde, ist es irgendwie entmystifiziert und wirkt so, als ob es ja gar nicht so clever wäre. So zum Beispiel steht auch auf der Wikipedia-Seite zum AI-Effekt, dass die Erkennung von Buchstaben oder auch Ziffern, wie ich sie zum Beispiel in einem meiner anderen Videos schon gezeigt habe, häufig, heutzutage gar nicht mehr als Künstliche Intelligenz gezählt wird, weil es einfach so Standard ist mittlerweile. Vor einigen Jahren noch hingegen war das wahrscheinlich schon Künstliche Intelligenz. Und um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, gehe ich jetzt zur folgenden Behauptung. Ich sage, ein Taschenrechner, der 1 plus 1 ist gleich 2 ausrechnen konnte, wäre vor 100 Jahren Künstliche Intelligenz gewesen. Man sieht also ein sehr ungriffiger Begriff. Gehen wir stattdessen weiter zu der Frage, wie geht das? Wenn wir heutzutage irgendwelche Probleme mithilfe von Maschinen lösen wollen, dann verwenden wir meistens eine Technik, die sich Machine Learning nennt, oder auf Deutsch Maschinelles Lernen. Die unterteilt sich nochmal in zwei Gruppen. Da gibt es zum einen die Untergruppe Unsupervised Learning, Unüberwachtes Maschinelles Lernen, und Supervised Learning, Überwachtes Maschinelles Lernen. In diesem Video will ich mich jetzt auf die insgesamt etwas wichtigere von beiden Unterkategorien fixieren. Das ist das Supervised Machine Learning. Dazu verwenden wir Daten. Daten, und zwar Daten, die in diesem speziellen Falle, hier das rot markierte Y, eine Zielvariable haben. Wir haben hier X1 bis X3. Das sind irgendwelche Variablen, auf deren Basis wir eine Vorhersage treffen wollen für eine Zielvariable hier Y. Das sind jetzt erstmal abstrakt absurde Zahlen. Wir gehen lieber mal in ein konkretes Beispiel rein. Auch hier bediene ich mich sozusagen bei einem meiner bisherigen Videos. Wir haben wieder ein Fahrradproblem. Wir wollen vorhersagen, wie viele Fahrräder zu einem beliebigen Zeitpunkt benötigt werden für ein Fahrradverleihsystem. Wir haben hier wieder in blau eingefärbt die drei Variablen, Informationen, Daten, auf denen basierend wir eine Vorhersage der roten Variable, dem Fahrräderbedarf, treffen wollen. Wir sehen zum Beispiel den Montag, den 08.01.2018 um 9 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurden 10 Fahrräder gebraucht. Am Dienstag, den 09.01.2018 um 8 Uhr wurden 18 Fahrräder gebraucht. Und am Dienstag, den 09.01.2018 um 9 Uhr wurden 12 Fahrräder gebraucht. Mit diesen Daten wollen wir jetzt irgendwie lernen, wie wir vorhersagen können, wie viele Fahrräder zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Fahrradverleihsystem benötigt werden. Sodass wir dann zum Beispiel, dafür ist jetzt die letzte Zeile da, dass wir vorhersagen können, was am Montag, den 15.01.2018 um 8 Uhr gebraucht wird. In diesem Fall habe ich hier ein Fragezeichen der Fahrräderspalte stehen, weil das ist das, was wir vorhersagen wollen. Allgemein gesagt, versuchen diese Supervised Machine Learning Algorithmen eine Funktion zu schätzen von X. Das sind unsere Eingabedaten, also hier zum Beispiel der Startum, der Wochentag und die Uhrzeit. Und versuchen eine Funktion zu finden, die das abbildet, wie man sagen würde, auf ein Y. Und das Y ist unsere Zielvariable und in diesem Falle die Nachfrage nach Fahrrädern. Um hier auch wieder ein konkretes Beispiel zu bringen, was sich wieder zurückbezieht auf eins meiner anderen Videos. Wir suchen zum Beispiel in dem Video, in dem wir den MNIST Datensatz verwendet haben. Also wir haben Bilder von handschriftlich geschriebenen Ziffern und versuchen zu ermitteln, welche Ziffer in diesem Bild gezeigt wird. Wir suchen dann zum Beispiel konkret eine Funktion, die dieses Bild hier, das ist eine Null augenscheinlich, im Endeffekt sind das 28x28 Pixel, eine Funktion, die diese 28x28 Pixel abbildet auf Information Null. Was sind weitere konkrete Anwendungsfälle davon, die eigentlich jeder kennt? Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Google verwendet und keine Sorge, ich habe Künstliche Intelligenz bewusst mit nur einem L geschrieben, damit es noch cleverer ist, was Google hier sozusagen macht. Google möchte hier zum Beispiel vorhersagen, was ich suchen wollen könnte. Ich gebe Künstliche Intelligenz ein, ich schreibe es auch noch falsch. Und Google meint, ich könnte Künstliche Intelligenz suchen und es könnte mich zum Beispiel in Zusammenhang mit Aktien interessieren oder was es auf Englisch heißt oder ob es irgendeinen Film dazu gibt oder wie ich das programmieren kann etc. Google hat also gesehen, die Eingabe hier, das x ist Künstliche Intelligenz und das y ist in diesem Fall nicht nur ein Ergebnis, sondern mehrere Ergebnisse. Das ist das, was ich wahrscheinlich sagen könnte, zum Beispiel Künstliche Intelligenz Buch oder Künstliche Intelligenz China. Weiterer Klassiker, was so in die Richtung geht von unserer Erkennung von den Ziffern in den Bildern, zu erkennen, was für Objekte in einem Bild drin sind. Hier zum Beispiel Bilder mit Katzen. Gehen wir jetzt also nochmal genauer auf diese ominöse Funktion ein. Ich habe dazu nochmal leicht angepasste Daten zum Thema Fahrräder geliefert. Wir haben jetzt dieses Mal das Datum rausgenommen. Stattdessen haben wir noch eine Variable geputzt angefügt hinten, die zur Vorhersage dienen soll. Diese Variable hat die Werte Ja oder Nein, ob unsere Fahrräder halt gerade frisch geputzt wurden. Das passiert jetzt mal hypothetisch stündlich. Und dann können wir halt sehen, wie sich das alles auf unsere Fahrradverleihzahlen auswirkt. Ich nehme jetzt mal um meine Funktion, meine sehr primitive, und das ist absolut nicht korrekt, was ich jetzt mache, aber es ist halt vereinfacht dargestellt, für dieses Video, nehme ich jetzt mal als Basis die oberste Zeile. Ich sage, meine Grundlagefall ist erstmal der Montag, 10 Uhr, die Fahrräder sind geputzt. In diesem Fall habe ich 15 Fahrräder verliehen. Und dann ist eigentlich jede der anderen drei Zeilen unten, ist eine der drei Variablen von vorne verändert worden. Hier zum Beispiel haben wir jetzt in der zweiten Zeile Montag bei Wochentag bei beiden. Geputzt ist auch bei beiden, ja. Aber jetzt haben wir 9 Uhr statt 10 Uhr und daher jetzt 20 Fahrräder. Wir könnten also der Meinung sein, wir haben um 9 Uhr einen 5-Fahrräder höheren Bedarf als um 10 Uhr. Ich mache hier mal eine erste Formulierung für meine Funktion. Die sagt erstmal, Basis ist, es werden 15 Fahrräder benötigt. Wenn allerdings 9 Uhr ist, dann sind das 5 Fahrräder mehr. Schauen wir uns die nächste Zeile an. In diesem Fall ist bei beiden Zeilen, sowohl der ersten als auch der dritten, 10 Uhr. Es ist bei beiden, die Fahrräder sind geputzt. Allerdings haben wir jetzt nicht mehr Montag, sondern in diesem Fall Dienstag. Und wir sehen, dass wir jetzt anscheinend drei Fahrräder mehr gebrauchen können, wenn die Uhrzeit und geputzt gleich sind, allerdings der Wochentag nicht mehr Montag, sondern Dienstag ist. Ich stelle also wieder meine Formel auf. Meine neue Formel, die jetzt erweitert worden ist und meine neuen Erkenntnisse sagt, es werden 15 Fahrräder benötigt. Um 9 Uhr sind das 5 Fahrräder mehr. Und an Dienstagen sind es 3 Fahrräder mehr. Zu guter Letzt komme ich zu meiner letzten Zeile. Hier sind der Wochentag gleich. Es ist beides am Montag. Hier ist die Uhrzeit gleich. Es ist beides um 10 Uhr. Das Einzige, was hier unterscheidet, ist die Spalte geputzt. In unserer ersten Zeile sind die Fahrräder gerade frisch geputzt. In unserer letzten Spalte sind die Fahrräder nicht frisch geputzt. Wir sehen also anscheinend, dass dreckige Fahrräder weniger attraktiv für unsere Kunden sind und wir deswegen, wenn sie nicht geputzt sind, 5 Fahrräder weniger brauchen. Damit sind wir jetzt zu unserem finalen Ergebnis unserer Formel gekommen. Unsere Formel sagt, es werden erstmal standardmäßig 15 Fahrräder benötigt. Um 9 Uhr sind 5 zusätzliche Fahrräder benötigt. An Dienstagen sind 3 zusätzliche Fahrräder benötigt. Und wenn die Räder nicht geputzt sind, dann brauchen wir 5 weniger. Das können wir zum einen für unsere Vorhersage verwenden. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit so als Nutzen dargestellt habe. Wir können jetzt mit diesen Informationen herausfinden, was wir an einem Dienstag, wenn die Fahrräder geputzt sind, um 9 Uhr womöglich an Bedarf hätten. Und können uns damit justieren, wie viele Fahrräder wir bereitstellen wollen um diese Uhrzeit. Wenn es in irgendeiner Weise für uns justierbar ist. Was wir allerdings auch noch betrachten können, sind die Auswirkungen der Variablen hier. Das ist ein Nebeneffekt. Wir können uns schauen, was sagt denn dieses Modell uns aus über die Wirkung, die eine gewisse Variable auf unser Vorhersageziel hat. Da gibt es jetzt im Endeffekt zwei Kategorien. Die Variablen, die wir nicht groß beeinflussen können. Das sind zum Beispiel die Uhrzeit und der Wochentag. Wir können jetzt nichts groß rummanipulieren am Ablauf der Zeit. Es wird immer Montag kommen, dann wird 9 Uhr sein, dann wird irgendwann 10 Uhr sein, dann ist irgendwann Dienstag, dann wird da wieder 9 Uhr sein, 10 Uhr, irgendwann sogar wahrscheinlich 11 Uhr etc. Allerdings gibt es noch eine andere Kategorie von Variablen, das ist nämlich die, die wir beeinflussen können. Das wäre jetzt in diesem Fall zum Beispiel, ob die Fahrräder geputzt sind. Wir sind der Eigentümer der Fahrräder und wir könnten unser Personal rausschicken und können das die Fahrräder putzen lassen. Ich sage jetzt hier hypothetisch zum Beispiel, das Putzen der Fahrräder kostet uns drei Geldeinheiten, was immer das sein mag. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein verliehenes Fahrrad uns hypothetisch ein Geldumsatz bringt. Wir haben also festgestellt, wenn wir die Fahrräder putzen, verleihen wir fünf zusätzliche Fahrräder. Das Putzen kostet uns jetzt hypothetisch jede Stunde drei Euro. Wenn wir also sehen, dass wir unseren Umsatz dann um fünf Fahrräder steigern können und es plus fünf Geld sind, dann bringt es uns insgesamt einen Gewinn von zwei Geldeinheiten, wenn wir uns dazu entschieden, unsere Fahrräder zu putzen. Und damit haben wir jetzt neben der Vorhersage auch das Erkenntnis des Modells heraus einen weiteren Nutzen gezogen, der uns diese Maschine bringen kann. Das soll es damit für heute gewesen sein. Bis bald.